Musik 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 Also jetzt, ich weiß so seit drei, vier, fünf Jahren, weiß ich, dass hier meine Heimat ist. Also gerade dort, wo wir sitzen. Das würde ich schon sagen, ist meine Heimat. Das ist unabhängig davon, ob es DDR oder Westen war. Das ist völlig egal. Aber das hier ist Heimat. Es ist halt nur so ein Gefühl der Dazugehörigkeit, weil es halt für mich ein sehr friedliches Land ist und ich gehöre gerne hier dazu. Das ist halt irgendwie so der Menschenschlag oder wie man so sagt, so wie sie sich hier so geben, das liegt mir sehr, ist mir sehr vertraut. Und dafür finde ich gut, dass ich dazugehöre. Das ist natürlich komisch, weil es sind natürlich genau die Leute gewesen, also warum man raus ist. Und dann, dass wir genau dort wieder hinziehen und dann Krenz als Nachbarn haben, das war schon sehr komisch. Also ich erinnere mich an ein oder zwei so Begebenheiten, wo er dann dann der Leiter brauchte. Oder auch ganz typisch, er hat mich mal, also mich direkt mal nach Eiern gefragt, ob ich ein Ei hätte, weil seine Frau da irgendwie einen Kuchen machen wollte. Also er war auch immer freundlich, hat immer gegrüßt und so. Ich glaube, das ist wirklich unabhängig davon, wo man wohnt. Also ich musste nur die Lebensart für mich finden, wo es mir am besten mitgeht. Und mir geht es am besten hier, da kann ich am meisten toben und auch am meisten wohl zur Ruhe kommen, was ich in der Stadt nie richtig konnte. Aber ich glaube, ob man nun in der Stadt wohnt oder auf dem Land ist, also ich kriege ja auch Angebote trotzdem, obwohl ich hier wohne. Ich würde, also ich weiß jetzt nicht, ob es genau die Frage ist, aber ich würde es mir wirklich sehr wünschen, hier mal, auch in meiner Gegend, dort wo ich wohne, mal einen Film zu drehen. Also einen schönen Film, also einen richtigen Mecklenburger Volksbauern-Tölpel-Film oder wie man auch immer das, das hört sich jetzt alles so doof an, aber wenn man einen richtig schönen Film hier drehen, aber die Möglichkeit, glaube ich, ist ziemlich gering. Da muss man dann doch immer in die Städte gehen oder eben an der Küste. Also ich habe mich sehr gefreut, den Grimme-Preis zu bekommen, sehr. Und heutzutage ist es aber auch so, bei den Einsteigquoten, das ist ja nun alles. Also mir wäre natürlich auch lieber, so wie bei Dr. Psycho zum Beispiel, da war die Einsteigquote miserabel. Da hätte ich mir aber gewünscht, dass es weitergeht. Ging aber nicht. Naja, insofern muss man sich da, glaube ich, ein bisschen jetzt zur Zeit unterwerfen, obwohl das System, glaube ich, nicht ganz so gut ist. Weil der Landarzt sich nicht übergibt, keine Schramm ins Auto macht und vielleicht den Frauen nicht auf den Hintern guckt. Also der Landarzt, das Prinzip ist ja einfach, dass es ziemlich glatt ist. Also es passiert ja immer von A nach B und nach C, das kennt man alles und da wird man selten überrascht. Also selbst wenn der Landarzt aber eine Überraschungsfigur wäre, also die sich immer selbst wieder überraschen würde, dann würde ich auch den Landarzt machen. Aber so ist es nicht angelegt, insofern hätte ich da nicht so eine große Lust drauf. Wenn ich mal irgendwann ein Angebot bekäme, sofort würde ich machen, na klar. Aber es ist nicht, dass ich jetzt denke, ich muss nach Hollywood. Ganz im Gegenteil, sondern ich würde ja gerne erst mal zwei Schritte noch zurück, dass ich erst mal hier bekannter würde und dass die Leute mich hier kennenlernen und mich mögen in meiner Art. Also noch mehr, meinetwegen. Aber Hollywood ist wirklich weit weg und das ist auch ein Gutes. Also noch mehr, meinetwegen.